Sehr sehr herzlich willkommen wieder auf meinen Kanal, heute reagieren wir auf Loredana, sie ist back in Berlin, macht 19, hier kriegt ihr immer ihre Story nochmal reingezählt, wenn euch das gefallen sollte, vergesst auf jeden Fall nicht diesen Kanal hier zu abonnieren, zu liken und zu teilen und viel Spaß dabei. Wie ich jetzt mal zurück, sie hat gefreestylt, krass, ich habe gar nicht dazu so ein Krass drauf gehabt, so wie Kappi, so eine Richtung, schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie ihr das findet oder nicht, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder auf meinen Kanal wieder dabei seid, bis dann, ist gut, tschüss, tschüss.